Die Entwickler haben eine neue Umfrage gestartet, in der wir über den Pack-Titel sowie dem Icon des neuen Kunst- und Handwerks-Accessoire-Pack für die Sims 4 abstimmen können. Mehr dazu in diesem Video. Seit gestern Abend können wir über den neuen Titel und das Symbol, welches unter anderem auch im Hauptmenü verwendet wird, abstimmen. Hier stehen die Optionen Strick-Trends-Accessoires, Chillen- und Stricken-Accessoires, Schick mit Strick-Accessoires, Stricken-Accessoires, kuschelige Strick-Wahn-Accessoires und Strick-Liebe-Accessoires zur Auswahl, aus denen ihr wählen könnt. Auch das Icon kann geändert werden, bei dem insgesamt fünf verschiedene Varianten wie ein Wollknäuel, eine Art Decke, eine Socke, ein Strickkorb und ein Schaukelstuhl zur Auswahl stehen. Wenn ihr die Abstimmung machen wollt, schaut mal in der Beschreibung vorbei, hier könnt ihr teilnehmen. Damit haben wir auch die letzte Umfrage für dieses Accessoire-Pack hinter uns gebracht. Das Pack wird dann vermutlich in den nächsten paar Monaten für The Sims 4 erscheinen und wird wie immer 10 Euro kosten. Für welche Kombination aus Titel und Icon werdet ihr stimmen? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.